Hier siehst du ein Sechseck und in diesem Sechseck ist alles ausgemalt. Deswegen bezeichne ich dieses Sechseck jetzt einfach mal als ein Ganzes. Ein Ganzes. In diesem Video möchte ich dich aber darum bitten, nicht herauszufinden, was ein Ganzes ist. Das wäre ja ziemlich einfach. Sondern, welche von den übrigen 1, 2, 3, 4, 6 Ecken haben denn 2 Drittel ausgefüllt? Also, welches von den übrigen 6 Ecken ist zu 2 Drittel ausgefüllt? Mach am besten kurz Pause und probiere dich mal. Okay, ich gehe jetzt davon aus, dass du es probiert hast. Jetzt lass mich mal versuchen, wie ich das machen würde. Also, ich male mir einfach mal nochmal ein neues Sechseck hier hin. Gucken, wie gut ich ein Sechseck malen kann. Ja, das sieht doch erstmal ganz okay aus. Ja, das sieht ganz okay aus. Und in diesem Sechseck, das unterteile ich jetzt in drei Teile. Ich will jetzt in diesem Sechseck hier schauen, wie viel muss ich denn davon ausfüllen, um halt eben 2 Drittel ausgefüllt zu haben. Also, wenn ich das jetzt hier mal in 3 Drittel unterteilen will, also in 3 Teile, würde ich sagen, mache ich das so und so. Dann habe ich jetzt hier ein Teil und wenn ich nach hier gehe, dann habe ich jetzt drei gleich große Teile. Hier ist 1, hier ist 2 und hier ist das Dritte. So, ich mache die Zahlen wieder weg, sonst war das nur. Und von diesen drei Teilen möchte ich jetzt 2 ausgemalt haben. Also, das hier Wege 1 und das hier Wege 2. Also, so ungefähr würde ein Sechseck aussehen, das zu 2 Drittel ausgefüllt ist. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, sagst du natürlich, ja Andy, das ist ja ein bisschen einfach. Wenn die ganzen anderen Sechsecken hier auch in drei Teile geteilt wären, wäre das Ganze ja kein Problem gewesen. Aber die sind ja in sechs Teile geteilt. Okay, hast du vollkommen recht. Also, muss ich mal versuchen, ob ich hier draus irgendwie noch ein Sechseck machen kann, das in sechs Teile geteilt ist. Und ich würde sagen, das ist relativ einfach. Ich kann ja einfach jedes von diesen Dritteln nehmen und das einfach nochmal in zwei Teile teilen. Dann habe ich ja nicht mehr drei Teile, sondern sechs. Also, ich zeige dir, was ich meine. Wenn ich jetzt den hier in zwei Teile unterteile und auch den hier unten in zwei Teile unterteile und das nicht ausgefüllte auch, dann habe ich ja jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Teile. Und von den sechs Teilen, du siehst ja, die ausgemalte Fläche dahinter ist ja immer noch da. Davon sind jetzt vier Sechstel ausgemalt. Also, ich habe jetzt sechs Teile draus gemacht und davon sind jetzt vier Stück ausgemalt. Das heißt, und das ist ziemlich unglaublich eigentlich, dass vier Sechstel genau das gleiche ist wie zwei Drittel. Du hast es ja gerade gesehen. Ich habe ja an der Fläche nichts geändert. Das heißt, wir müssen eigentlich nur gucken, welches von diesen sechs Ecken hier hat denn vier von seinen sechs Teilen ausgemalt. Und dann wissen wir, okay, da vier Sechstel das gleiche ist wie zwei Drittel, ist dieses Sechseck dann zu zwei Drittel ausgefüllt. Also, lass mich doch mal gucken. Wie viele sind denn hier ausgemalt? Eins, zwei, drei, vier. Sehr gut. Eben habe ich mitgekriegt, vier Sechstel sind zwei Drittel. Das ist genau das Gleiche. Also, ist das Sechseck hier zu zwei Dritteln ausgemalt. So, das nächste hier drüben hat eins, zwei. Okay, das sind nur zwei Sechstel und wir brauchen ja vier Sechstel. Also, das ist leider nicht mit dabei. Was haben wir hier unten noch? Eins, zwei, drei, vier. Sehr gut. Noch ein Sechseck gefunden, das zu zwei Dritteln ausgefüllt ist, weil nämlich vier seiner sechs Teile ausgemalt sind. Und vier Sechstel ist das gleiche wie zwei Drittel. Eins bleibt übrig. Hat ein Teil ausgemalt, zwei Teile, drei Teile, vier Teile. Ja, sehr gut. Noch eins. Ja, ich weiß, ich kann keine guten geraden Linien zeichnen. Tut mir leid. Sehr gut. Und damit, würde ich sagen, ist die Aufreiboberschaft. Drei von den vier Sechsecken hier waren ebenfalls zu zwei Dritteln ausgefüllt. Und das haben wir mitbekommen, weil zwei Drittel genau das Gleiche ist wie vier Sechstel.